Moin und herzlich willkommen zu 714. den Rohstoff-Tages- und gleichzeitig Wochenenausgabe der Formation Stata am Freitag, am 28. Februar 2014 und heute vor drei Jahren gab es zwar nicht die erste Rohstoff-Tagesausgabe, die gab es glaube ich am 21. Februar 2011, aber am 28. Februar 2011, es war sogar auch eine Wochenenausgabe, gab es die erste Analyse in Videoform, das heißt seit drei Jahren die Freude habe für Sie diese Videoanalyse zur Verfügung zu stellen. Wissen Sie was? Heute ist was Besonderes passiert. Ich war heute in der Apotheke und habe ich mir was gekauft und hat mir die Apothekerin so einen Glückskeks dazu gepackt und dann dachte ich mir, oh auf so einen Glückskeks, da habe ich gar keinen Bock drauf. Lieber ein Lutschbonbon, diese Glückskeks, die schmecken nicht und dann stehen auch mal so Sprüche drauf wie, du wirst viele Abenteuer erleben oder der Glaube kann Berge versetzen. Nachte ich mir, egal, ich nehme den Glückskeks, bin rausgegangen, habe den Glückskeks gleich aufgemacht, gegessen, der hat sogar richtig gut geschmeckt und dann, was steht auf diesem Glückskekszettel drauf, warten Sie, ich lese Ihnen das ab, da steht drauf, der Wille gestaltet den Menschen, zum Erfolg braucht er jedoch Mut und Ausdauer, dachte ich mir, cooler Spruch. Und von wem ist der Spruch? Von Bruce Lee. Passend zu meiner dreijährigen Tagesausgabe sagt mir, Bruce Lee, der Wille gestalteten Menschen, zum Erfolg braucht er jedoch Mut und Ausdauer. Danke lieber Bruce Lee, danke liebe Apothekerin, cooles Geschenk zum Dreijährigen. Und damit der Blick auf die Rohstoffliste. Nicht viel los, Natsche Gas macht 1,7%. Ich dachte, Natsche Gas kann nur zweistellige Prozentzahlen am Tag machen, offensichtlich kann es auch nur 1,75% machen. Ansonsten wenig los. Dann Airworld Gasilin mit plus 0,5% und am schwächsten Platin mit minus 0,45%. Also insgesamt relativ wenig Bewegung. Wir fangen diese Wochenenausgabe mit Gold an. Gold macht heute das tiefere Hohen, das tiefere Tief. Wir bekommen mittlerweile sogar eine Verkaufsformation in der Storastik. Das heißt, die K- und D-Linie sind nicht mehr umeinander oberhalb der 80er Marke umschlungen, sondern die K-Linie verlässt hier die 80er Marke und schließt den Bereich von 77. Passenderweise dazu, auch das Momentum entwickelt hier gerade Schwäche. Wir hatten ja gestern miteinander darüber gesprochen, dass der Markt hier im Stundenschatz, seitdem wir im Bereich von 12,90 gewesen sind, hier eine bärische Kaltformation gebildet hat. Und dazu, wenn wir näher heranzoomen, dann sehen wir, wir haben hier einen dynamischen Abverkauf gesehen. Und dann ist dieser Markt in einem quälenden, langsam nach oben gerichteten Trend. Und dass das eine bärische Flangenformation ist und dass so etwas eigentlich mit Dynamik bärisch aufgelöst wird. Wir hatten gesagt, spätestens, wenn der Markt unter dieser Marke im Bereich von 13,23 geht, wenn er unter die 200-Stunden-Linie geht, dann sollte er nochmal Dynamik entwickeln. Aber wir traden das nicht, weil wir nämlich hier große Unterstützungen haben, nicht nur mit dieser Trendlinie, sondern auch mit dieser Trendlinie. Und das hier würde uns nicht interessieren. Das ist nämlich durchaus möglich. Und ich zeige dir das doch einmal genau da, haben wir miteinander gesprochen, dass der Markt hier zwar das Ganze bärisch auflöst, aber dann wieder zurückläuft und dass es eher etwas Quälendes ist und dass uns das nicht interessiert. Und dass uns das auch nicht interessieren wird, wenn der Markt hier anfängt, die Höheren hochzumachen und in Richtung dieser Widerstandszone zu laufen, weil das eine größere Widerstandszone ist. Das sieht man besonders gut, wenn man sich das Ganze hier im Wochenchart anschaut. Wir haben eine ehemals Trend unterstützende, gebrochene Jetzt-Linie. Die Widerstand war dazu, die 50-Wochen-Linie, dass hier überverkauft sind. Das ist im Wochenchart nicht ganz so dramatisch. Das kann durchaus etwas länger anhalten und der Markt kann seine Bewegung fortsetzen. Diese doppelte Widerstandszone nach einer längeren bullischen Bewegung, das ist eher das größere Problem. Wir haben gleichzeitig definiert, dass es für uns der Goldmarkt dann interessant wäre, wenn er tatsächlich eine größere Bewegung nach unten macht, einen größeren Pullback macht, zum Beispiel in Richtung der 1300er Marke. Dafür müsste er dann aber auch hier diese doppelte Unterstützung, die sich aufgebaut hat, wieder bärisch auflösen, wobei diese Trendlinie nicht ganz so stark ist. Denn wir haben sich schon mal bärisch aufgelöst, bullisch zurückgeholt. Das kann durchaus brechen. Die Frage ist, was passiert hier im Bereich der 13-14? Wenn das nicht hält, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass der Markt sich in Richtung der 1300er Marke bewegt. Dazu muss man wissen, dass wir, wenn wir da hinlaufen sollten, ich zeige Ihnen einmal kurz den 4-Stunden-Schalt, ich bastele ja hier die ganze Zeit an einer potenziellen Bodenbildungsformation, noch ist es nicht so weit, obwohl wir schon sehr viel davon gemacht haben, über die kleinere Zeit anhat, Freunde. Bitte verwechselt mir das nicht mit dieser potenziellen großen Doppelbodenformation mit 1180, da ist die Nackenlinie. Ein Doppelboden ist erst fertig, wenn wir durch die Nackenlinie gegangen sind. Das hier ist eine kleinere Bodenbildungsformation. Wie auch immer, falls der Markt zurückkommen sollte, schauen Sie sich das an. Diese aufwärtsgerichtete Trendlinie, die wir gebildet haben, seitdem wir im Bereich von 1200 sind. Unterstützung, Unterstützung. Und wenn der Markt zurückkommt und der ein bisschen nach oben kommt, können die sich durchaus hier im Bereich der 1300er Marke treffen. Das heißt, wir haben dann auch noch eine weitere Unterstützungszone im Bereich der 1300er Marke. Also nicht nur die psychologische 1300er Marke, nicht nur, dass wir hier in diesem Bereich die 20- und die 200-Tage-Linie haben, sondern wir haben auch eine aufwärtsgerichtete Trendbewegung. Und dazu haben wir bei den Stunden-Chart, ich zoomspon nochmal ganz weit raus, war das hier nämlich eine größere Widerstandszone, die wir bullisch aufgelöst haben im Bereich von 1295. Also viel, viel, viel Unterstützung im Bereich der 1300. Und ich sage es Ihnen gerne nochmal, wir würden gerne diese Zone kaufen, wir wissen nicht, ob der Markt da hinkommt. Wir wissen aber, dass hier viel Unterstützung ist. Und wo viel Unterstützung ist, da sind auch viele Marktteilnehmer bereit, diese Marke zu kaufen. Und dann haben wir auch ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis, etwas auf der bullischen Seite zu traden, ohne dass wir jetzt sagen müssen, wir traden in Richtung 1410, 1420, 1440 oder was weiß ich. Alles, was ich wissen muss, ist, wo finde ich meinen Einstieg nach System? Und vor allen Dingen, wo packe ich meinen Stop-Loss hin? Wann ist mein Setup nicht mehr gegeben, damit ich aus dem Markt gespielt werde, falls die Schwäche doch stärker wird? Und das, was ich ganz dringend benötige, ist eine Ausstiegstrategie. Also wie ich meinen Stop-Loss nach Systematik immer wieder anpasse, vielleicht im Bereich von Widerständen Teilgewinne realisiere, aber die guten Dinge, die bleiben im Kopf, die lassen wir weiterlaufen. Und dann entscheidet der Markt, wird das ein vielleicht trotzdem Minus-Trade oder wird das ein kleiner Plus-Trade oder wird das ein großer Plus-Trade oder wird das ein Riesen-Trade? Nur das entscheiden wir nicht vorher. Ansonsten wollen wir vom Markt etwas, was er gar nicht uns liefern kann. Und dann, wenn du immer wieder das Gleiche machst, und ich habe mich gestern so in epischer Breite darüber ausgelassen, wie wichtig es ist, dass du, auch wenn der Markt manchmal ein komischer Typ ist und dich dafür nicht belohnt, dass du immer wieder systematisch tradest, dass du dabei bleibst. Und wenn du es immer wieder tust, dann belohnt dich der Markt früher oder später dafür. Und fast ist es so, als hätte mir der Markt zugehört, denn das, worüber wir uns die letzten Tage in der Date-and-Swing-Tailing-Sektion unterhalten haben, war Nordex. Als der Markt hier ausgebrochen ist, habe ich ihnen gesagt, Leute, der Ausbruch findet gerade zwar statt, aber der Gesamtmarkt ist am Widerstand. Wir wollen also wissen, wenn dieser Ausbruch kommt, mit wie viel Volumen er kommt, wie stark er ist. Und am Ende des Tages standen hier plus 7%. Und dann würde man denken, oh, es ist viel zu spät. Nein, wir haben gewartet, dass der Markt noch einmal zurückkommt. Mit einem ordentlichen Chancen-Risiko-Verhältnis haben wir diese Unterstützungszone gekauft. Und das hier sind 11% in zwei Tagen. So etwas gibt dir der Markt ganz sicher nicht jeden Tag und auch nicht jeden zweiten Tag und auch nicht jeden Monat. Aber solche Trades tragen das Depot. Die sorgen dafür, dass du dann einen ganz großen Sprung nach oben machst. Das weißt du aber nie vorher. Du weißt nie vorher, ob so ein Ding dabei ist oder ob das zum Beispiel ein Rohrkrepierer wird, wie bei Silber. Du musst immer wieder Systematik haben, Vertrauen in dein Trading haben und dann sind solche Trades möglich. Und dann hast du auch die Möglichkeit, nachhaltig erfolgreich zu sein, indem du auch große Gewinne mitnehmen kannst. Wenn sie sagen, ich möchte gerne mit Systematik traden, ich möchte nicht von vornherein sagen, das wird ein super Ding, das wird ganz toll und dann lassen sie die Position drin, dann läuft es gegen sie, dann halten sie die Position mehrere Monate, mehrere Jahre und dann sind sie froh, dass sie es irgendwann mal auf Break-Even glattstellen. Wenn sie das nicht mehr so machen wollen, sind sie herzlich eingeladen, Systematik in ihr Trading reinzubringen und ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserem Mentor-Programm ihnen helfen können, dass sie mit ganz anderen Augen den Markt sehen und dass sie selbstständig traden können und nicht mehr auf andere hören müssen. Man sagt ja und wir gucken mittlerweile auf Palladium im Tageschart, The Trend is your friend. Wenn ich mir den Palladium-Chart angucke, dann muss ich sagen, Where is the trend, my friend? Oder abgekürzt, Where is my friend? Also, wenn ich keinen Trend habe, habe ich keinen Freund und wenn ich keinen Freund habe, dann sollte ich hier auch lieber nichts machen. Aber, je länger die trendlose Phase anhält, desto dynamischer ist auch die anschließende Bewegung. Schauen Sie sich diese gleitenden Durchschnitte an, die kommen mittlerweile alle auf einen Punkt zusammen. Und wenn so etwas passiert, dann ist es auch nicht mehr weit, dass die gleitenden Durchschnitte wieder auseinander gehen. Wenn die so in diesem Chart drin stecken, dann ist es auch nicht mehr weit, dass die gleitenden Durchschnitte entweder deutlich unterhalb des Charts sind oder deutlich oberhalb des Charts sind. Wenn wir uns jetzt hier den Wochenchart anschauen und sagen, dass wir vorher eine dynamische Bewegung nach oben hatten und jetzt hier eine Konsolidierung machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding nach oben ausbrechen sollte, deutlich größer. Aber noch ist es nicht so weit. Wir müssen darauf warten, dass unser Freund ankommt. Und der Freund ist der Trend. Und wenn der Trend da ist, dann ist Rolling Stones angesagt. Dann ist angesagt, if you start me up, if you start me up, I'll never stop. Was wir aber nicht machen wollen, ist den Markt antizipieren. Wenn der Trend da ist, werden wir unendlich viel Zeit haben, hier in diesem Markt aktiv zu werden. Und wir nutzen die trendlose Zeit und schonen unsere Nerven. Auch wenn es dazu führt, was Palladium angeht, dass wir uns bald wund gesessen haben. Aber wir bleiben sitzen. Wir warten ab. Wenn der Trend kommt, dann wird er aufgrund der Tatsache, dass er so lange seitwärts gelaufen ist, auch mit großer Dynamik kommen. Silber gibt uns im Moment noch ein bisschen Rätsel auf. Und ich versuche es Ihnen auch zu erklären, warum. Wir haben hier diesen Ausverkauf gesehen gehabt am 26. Februar. Und das hatte schon Volumen gehabt. Also deutlich mehr Volumen als in dieser Seitwärtsphase. Aber auch deutlich weniger Volumen in dieser Ausverkaufsphase, als in dieser Ausbruchskerze. Das heißt, das passt also dazu, dass das hier ein Pullback ist. Wohin läuft der Markt? In Richtung 21. Das haben wir miteinander besprochen. Ziemlich exakt, dass die 21 Dollar Marke eine große Unterstützung sein sollte. Hier ist die 200-Tage-Linie, jetzt kommt noch die 20-Tage-Linie und gesetzt sich dazu und macht hier noch mehr Stärke rein. Das Problem, was ich hier habe bei Silber ist, wenn der Markt, und ich habe es mir jetzt hier ganz einfach gemacht, weil ich hier keine Trendlinien zeichnen will, wenn der Markt hier über diese 21.50 geht, dann hat er Potenzial in Richtung 21.65, 100-Stunden-Linie und dann in Richtung 21.90 zu laufen. Wenn er das Bullish auflösen sollte, dann sind die nächsten Marken hier 22.20 und so weiter und so fort. Das heißt, so ein bisschen schwierig hier durchzutraden. Zumal wir hier eine Verkaufsformation haben, fallendes Momentum haben. Schöner wäre es, wenn der Markt in Richtung 20.50 läuft. Das ist dann wieder eine große Unterstützung, dann wären wir dann aber wieder unterhalb mit 220-Tage-Linie. Da tue ich mich gerade schwer. Gold gefiel mir besser, wenn der Markt in Richtung 1300 läuft. Was ist, wenn der Markt jetzt wieder losläuft und wir sind nicht mit dabei? Macht nichts. Wir wollen picky sein. Wir wollen die richtig einfachen, schönen Dinger-Trade. Wenn er jetzt noch ein bisschen läuft, macht nichts. Sind wir nicht mit dabei? Dann gucken wir, ob wir oberhalb der 22.20 noch mal in den Markt reinkommen. Aber das hier mit dem, was der hier gemacht hat, jetzt sofort wieder hoch, habe ich persönlich meine Schwierigkeiten damit. Lassen Sie mich Ihnen noch die Wochenchart-Formationen zeigen, damit wir das uns auch auf jeden Fall ebenfalls angeguckt haben. Wir haben ja 1, 2, 3 Wochen höhere Hochs gemacht. Allerdings in dieser Woche haben wir auch gleichzeitig das Tiefere tief gemacht. Wenn der Markt zurückkommt, 20.50. Erinnern Sie sich daran, wir haben gesagt, so großer Widerstand und dazu auch noch die 20-Wochen-Linie. Also ist das jetzt hier eine sehr, sehr große Unterstützung. Es wäre nicht hilfreich für eine Bodenbildungsformation, wenn der Markt unter die 20.50 fallen sollte. Im Moment sieht es nicht danach so aus. Was wir jetzt hier bekommen ist, einen Markt zwischen der 50 und der 20-Tage-Linie. Und ich sage Ihnen, der Markt mag es nicht, wenn er zwischen der 20 und der 50er steckt. Er sucht sich früher oder später den Weg, entweder oben raus oder unten raus. Wenn er oben raus gehen sollte, ist die nächste Widerstandszone im Bereich der 22.70. Das ist diese Haupttrend begrenzende Linie, dieser großen, großen Trend-Umkehr-Formation seit dem Allzeithoch. Und wenn er unter die 20 gehen sollte, dann ist die 19-Dollar-Marke wieder aktiviert worden. Dann müssen wir gucken, ob das jetzt hier noch halten können wird oder nicht. Der Monatschart sieht immer noch nicht so verheißungsvoll aus. Das, was wir schaffen ist, deutlich höheres hoch zu machen. Definitiv. Wir haben nach wie vor eine K- und D-Linie umeinander geschlungen unterhalb der 20er-Marke. Und der Monatschart unterstützt gerade noch nicht, und das sage ich jetzt mal pro-bullisch, noch nicht das, was die Bullen gerade machen. Der Monatschart muss Stärke zeigen. Erst wenn der Monatschart hier es schafft, eine Kaufformation zu generieren, dass wir diese Kerze dann auch im Folgemonat bestätigen, dann haben wir größere Wahrscheinlichkeiten dafür, dass hier gerade wirklich die Bodenbildung stattgefunden hat. Ansonsten kann es auch sein, dass wir ähnlich wie wir es hier hatten, schöner, toller Ausbruch und dann wieder zurück und dann nochmal eine quälende Seite zu trainieren. Das wissen wir nach wie vor nicht. Und deswegen versuchen wir auch nicht die großen Bewegungen zu traden, sondern wir versuchen in der kleineren Zeitanhalt im Tagesschart aktiv zu werden. und wenn diese größeren Widerstände hier oder hier gebrochen sind, dann wollen wir übergeordnet in diesem Markt aktiv werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte es nicht versäumen, Ihnen zu sagen, dass beim Jaden es darauf ankommt, dass du nicht Angst hast, den Einstieg zu verpassen. Denn wenn du das Gefühl hast, oh ich muss jetzt kaufen, ich muss jetzt kaufen, dann führt es dazu, dass du eine zu große Position in den Markt reinwirfst und du merkst es nicht mal. Aber wenn du cool bleibst und erst mal guckst, wie viel riskiere ich denn gerade? Kann ich mir das leisten? Passt es denn zu meinem Depot? Wo liegt denn mein Stop-Loss? Dann ist es so, dass du eher erfolgreich traden kannst. Dazu gehört es natürlich, dass man beim Einstieg sich immer Gedanken macht, darüber, wo man sein Stop-Loss platziert. Bitte, traden Sie, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Haben Sie, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, sind wir am Montag wieder für Sie da, mit einer frischen Rohstoff-Tagesausgabe, am Abend, aber auch am Vormittag sind wir selbstverständlich für Sie da, mit einer neuen Ausgabe zu den Day- und Swing-Tailing-Setups und natürlich auch mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Sie bleiben hoffentlich alle, alle, alle gesund. Und wenn Sie es nicht sind, ich wünsche es Ihnen vom Herzen, dass Sie hoffentlich bald genießen werden. Mein Name ist Hamides Nasari alias Volke P.